Hey, haben Sie schon gesehen, was draußen vor Nummer 10 liegt? Was? Ein Müllsack! Ja, hab's gesehen. Haben Sie ihn auch gerochen? Leider. Ziemlich eklig. Ach, sie immer. Was? Lässt ihr den Müll auf dem Flur? Wirklich? Ja, ich glaube, sie stellt ihn da hin, um ihn das nächste Mal mit aus dem Haus zu nehmen. Hey, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu, was das betrifft. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Sie haben recht. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich sollte nicht bloß rumlabern. Ich sollte auch was tun. Gut, aber nicht jetzt. Mein Gott, hört Sie auf. Die Müll fassert unseren schönen Fluren. Hör auf, es ist vier Uhr früh. Hast du gehört? Du Schlampe. Lieber Gott. Lieber Gott.